So, hier haben wir die verschiedenen Buffets. Ein Obst, hier gibt es auch Leckereis für unsere kleinen Gäste. Was haben wir denn gut ist alles? Lauter Leckereien, Schmerzadella. Sollten wir heute mal zum Nachttisch ein Eis essen, hm? Hier haben sie dann verschiedene Teesorben, Kaffee, Ola-Light, Anna, Rai. Unser Kinderbuffet für die etwas Kleineren. Ein Süppchen. Und hier gibt es so einen Fisch aus dem Ofen. Sensch. Es gibt verschiedene Fischbarten, Salaten, Brötchen. Alles, was das Herz begehrt. Und hier auf der Seite, hier wieder. Und hier auf der Seite dann auch wieder Cola, Fanda. Alles, was man mag, kann man sich hier dann sammeln. Und hier gibt es auch jeden Tag ein Süppchen. Hier kann man sich ein Süppchen. Auch selber. Hier hat man dann verschiedene Suppen. Und hier haben wir die Wokstation. Hier tut man die Sachen einfach drauf. Das habe ich euch aber schon erklärt. Und lasst es einfach schön machen. Mit welcher Nummer. Und dann gibt es.